Unglaublich, dass ich gleich schon wieder ein neues, tolles Video jetzt raushauen werde. Ich habe nämlich vor einiger Zeit zwei solche Leuchtmittel hier in Hamburg bei einer Budnifiale aus einer Leuchtmittel-Rückgabelkiste geklaut. Also so ähnlich wie man auch Zellen und andere Batterien zurückgeben kann, was ich eine ganz gute Idee finde, statt sie einfach nur wegzuschmeißen. Und ich habe mir davon zwei mitgenommen, in der Erwartung, dass die kaputt sind, damit ich sie zerlegen kann. Dieses hier ist tatsächlich nicht kaputt gewesen. Aber das zweite, ich habe es schon zerlegt eben gerade, das hat eine Macke gehabt, nämlich hat das leicht geflackert. Also nur sehr leicht. Man hat es kaum nach Wahrne genommen, aber ich gehe davon aus, dass das der Grund gewesen sein wird. Und dass man beide weggebracht hat, lag vielleicht daran, dass man einerseits beide in einer Lampe zusammen verwendet hat und man ein gleichmäßiges Licht danach haben wollte. Und zweitens, dass man vielleicht vorbeugen wollte, dass das Gleiche mit dem anderen Leuchtmittel nach einiger Zeit auch passiert. Also hat man einfach gleich beide weggebracht, denke ich mal. Ja, das hier ist bei mir im Einsatz seit einiger Zeit jetzt, natürlich. Und das hier, also das andere Leuchtmittel, das ich zerlegt habe, jetzt kommt das Phänomen, ob ich auch mal fokussieren kann hier. Das ist, äh, wie immer schwierig. Naja. Also der Aufbau ist ziemlich einfach. Man hat ein LED-Array, also das sind Ketten und in denen so Stäbe, in denen ziemlich viele einzelne LEDs drin sind. Alle in Reihe geschaltet und am Ende hat man einen Plus- und einen Minuspol. Und da sind ziemlich viele LEDs, also wird die Spannung über alle LEDs hintereinander schon im Bereich von 200 Volt sein. Und dieser Glaskörper, das ist wahrscheinlich einfach, äh, weil's, weil die ganzen Industrieanlagen für alte Glühbirnen noch bestanden haben, äh, mit dem gleichen Herstellungsprozess gefertigt wurden. Also das ist immer noch Glas und auch luftdicht. Und deswegen habe ich das auch nicht weiter zerlegt, weil, äh, diesen Glaskörper finde ich schon ziemlich schick und den hätte ich nicht unnötig auseinandernehmen müssen. An den LEDs da drin liegt's höchstwahrscheinlich sowieso nicht, sondern das Geflacker, da kann man sich ziemlich sicher sein, liegt an dem, was in diesem winzig kleinen Schaltnetzteil, das ja in dem Sockel versteckt werden muss, damit ja nicht irgendjemand merkt, dass da Elektronik hinter stecken könnte. Und dieses Netzteil, das habe ich natürlich auch freigelegt. Da war so Krümelharzkram drin, um das alles, äh, schockfest und vielleicht auch wasserfest zu machen. Hier haben wir einen Isolator drin, also aus, äh, einfach Gummi, damit nicht hier irgendetwas die Metallkappe, die ja der eine der beiden Pole ist, berühren kann. Und der andere Pole, das ist so ein kleiner Pin, sieht so aus wie eine Schraube, der steckt da am Ende in diesem Loch drin und so bildet das dann den, äh, Plus- und Minuspol, beziehungsweise bei Wechselstrom wird das dann Phase- und Neutralleiter genannt. Also das eine, wenn man das anfasst, dann kriegt man einen gewischt, beim anderen nicht sozusagen. Und, ja, das habe ich rausgeholt. Und so sieht das aus, was man da drin hat. Wenn man das dann auch mal erkennen kann, das wäre richtig praktisch. Hallo, hallo. Ja, man kann es einigermaßen vielleicht erkennen. Wie die Schaltung genau funktioniert, werde ich gleich nochmal zeigen. Also wir haben hier einmal, das ist der eine Kontakt, der kommt hin zum Loch raus. Und das ist hier der andere Kontakt an der Seite dieser Draht, den man gerade noch erahnen kann bei dieser Unschärfe hier. Und der ist verlötet gewesen mit dem Gehäuse. Mal sehen, irgendwo hier, genau. Also der wurde einfach hier rumgeknickt und ran gelötet von außen. Und so wurden die beiden Kontakte, äh, wo der Strom reinkommen kann in das Gerät. Verbunden mit diesen, mit der Fassung oder dem Gewinder oder wie auch immer das genannt wird. Und auf der einen Seite sieht man schon, äh, dass im Schwarzen hier, das ist ein Widerstand, um, äh, aus verschiedenen Gründen, äh, einfach, äh, die ganze Schaltung ein wenig abzugrenzen von der, von dem Netz. Damit da nicht, äh, irgendwas katastrophal kaputt gehen kann, sondern immer noch so ein, äh, so eine Art von Sicherung dazwischen ist. Dann haben wir noch einen Kondensator, der 3,3, äh, Mikrofarad an Kapazität hat. Das ist nicht allzu viel, aber dafür hat er 400 Volt. Also man sieht schon, das ist ein Kondensator, der über die geglättete Wechselspannung, also dann die Gleichspannung, gesetzt wird. Wir haben ja 230 Volt Wechselspannung in etwa. Und wenn man das dann, äh, die, die Plus- und Minus-Ausschwankung ausglättet, dann kommt man so auf etwa 360 Volt, denke ich mal. Und deswegen ist 400 Volt eine populäre Wahl. Und dann haben wir auf dieser kleinen Platine noch, äh, einmal diesen Würfel hier, diese, diese kleine, diesen Chip. Und dann haben wir noch einen anderen Chip auf der anderen Seite. Den hier mit vier Kontakten. Und dann haben wir noch zwei winzige Widerstände. Und die Schaltung habe ich auch eben reverse-ingeniert, wie man so schön sagt. Also hier haben wir einmal den einen Kontakt, der eben hinten aus dem Loch rauskommt, mit dem Widerstand im schwarzen Schrumpfschlauch. Das ist der hier, 10 Ohm. Dann haben wir am Neutralleiter. Übrigens ist das nur in der Theorie, weil wir ja in, äh, Deutschland, in Europa halt einen Euro-Stecker hat, haben, der nicht polarisiert ist. Also diesen einfachen schwarzen, äh, oder weißen mit den zwei Pins, den kann man ja auch andersrum einstecken. Deswegen, äh, P und N, das ist jetzt in der Schaltung hier so gedacht, aber in der Praxis kann das auch genau andersrum sein, ist egal, solange man nicht eben irgendetwas davon anfasst und dann einen Gewicht bekommt. Dem Licht ist egal, äh, es ist ja Wechselspannung sowieso, die hin und her geht. Ist also egal, was von beiden, ähm, neutral oder Phase ist. Das ist auch deswegen egal, weil hier ist nämlich dann der Gleichwandler, äh, der aus der Wechselspannung die Gleichspannung erzeugt. Das ist ein vereinfachtes Symbol. In Wahrheit sind das vier Dioden, die einmal von dem und von dem nach oben zeigen und andersrum, also zwei zeigen von beiden nach oben zur Plus hin. Also bei diesen Pfeilen ist immer das Minus und das ist Plus. Und dann gibt's noch zwei, die zeigen, äh, andersrum dann von, von dem hier zu beiden hin. Und das sorgt dafür, dass wenn hier Plus ist und da Minus, dass es dann durchfließt. Und wenn hier Plus ist und da Minus ist, dass es dann über Kreuz sozusagen immer noch durchfließt. Das heißt, dass egal, wo gerade die Wechselspannung ist, immer hier positiv und da negativ ist. Hier ist dann dieser große Kondensator mit seinen 3,3 Mikrofarad, was in echt 3,8 waren, aber das ist nicht allzu wichtig. Dann haben wir hier, also das ist dieser Lok übrigens, der Gleichspannungsrichter. Das ist dieser größere Chip hier in der Mitte, den man vielleicht sogar erkennen kann, ja. Und dieser andere kleinere Chip hier, das ist der hier und der wird einmal selbst mit Spannung versorgt, einmal über einen Mega-Ohm-Widerstand. Ein Mega-Ohm ist ziemlich viel, das heißt, von diesen 360 Volt oder sowas kommt nur noch ziemlich wenig Strom am Ende hier durch. Und der Minuspol ist auch angeschlossen. Das heißt, darüber bekommt der Chip seine eigene Versorgungsspannung. Dann gibt es noch einen Programmierpin, übrigens, ich habe die Chip-Nummer nicht lesen können, aber die Funktion ist trotzdem ziemlich offensichtlich. Dann gibt es einen Programmierpin, der einfach nur einen Widerstand vom Minuspol zu dem hat. Und darüber erkennt der Chip, wie viel Strom denn das Licht verbrauchen soll. Also man kann ihn programmieren, dann könnte er jetzt einen anderen Widerstand reinlöten stattdessen. Und dann würde der Chip mehr Strom durch die LEDs durchlassen. Und dann würde die Lampe heller sein, dafür die LEDs auch nicht so lange halten und natürlich höherer Verbrauchta sein. Ja, und an dem L-Pin, ich habe es jetzt hier L genannt für Last, da sind dann die LEDs alle in Reihe vom Pluspol hier dran angeschlossen. Und ja, das Gerät, um also den Strom durchzulassen, fließt das hier durch die LEDs durch und dann durch den Minuspol wird das dann abgelassen. Und so entsteht dann der Stromkreis. Ja, das ist die Schaltung und so funktioniert so ein Leuchtmittel.